yo leute was geht euer player bon wieder da mit dabei ist der liebe empel heute machen wir mal so ein parkour run und viel spaß mit dem video ja jeweils immer ein abstand außer hier vorne weil es das ist so unfair weil man ja runter springt und hier geht es weiter zu einem speedrun damit was so beschleunigt und hier musst du genau das jumppad treffen sonst wird man getötet als nix hier geht es weiter zum caddy mit dem candy muss man hatte ein bisschen dann muss man nicht hier durch diesen parkour mit dem cd fahren als nächstes muss man hier runterfahren und hier warten zwei oder drei quads aber man muss nur einen benutzen dann geht es hier weiter hier muss man dann durch diesen parkour fahren und dann mit speed hier durch war das kann ich jetzt nicht zeigen danach wird hier durch gespeedet hier wird das quad ungefähr abgestellt dann gibt es hier ein parkour in dem parkour muss man die waffen vom gegner finden oder der andere gegner findet dann deine waffe die muss man dann aus dem parkour mitbringen dann muss man hier raus und dann als zum schluss muss man hier die waffe hinlegen und das spiel ist somit gewonnen also du hast meine waffe aber ich habe das was man was nicht gefunden nein ich bin am start hatte ich jetzt okay auf die werte fertig los ich bin beim vierten ich dachte wir sind schon durch warst du nicht noch nicht durch bei der letzten also wissen die falle reingeflogen oh mein gott jetzt wenn ich bei der dritten aber für mich ist die runde noch nicht gelaufen war ja immer noch die waffe finden muss ich bin jetzt bei der vierten falle oder dritten ich bin bei der vierten falle okay bin durch jetzt kommt der speedrun jetzt bin ich beim crud jetzt bin ich beim crud ich bin jetzt bei der vierten falle ich bin jetzt bei der vierten falle ich bin jetzt bei der vierten falle ok bin im paku ich hab deine handkanone scheiße best of free spielen ok hab gefunden ich bin durch wo ist deine waffe die war direkt bei deiner waffe die ist direkt bei deiner waffe ich hab schon gewonnen als ob ich schwöre bruh genau da ich hab meine waffe auch da platziert ok gib mir die goldene skar einzeln für mich ja ok wir müssen jetzt gleich noch diesen das als erstes verstecken ich mach sogar musik damit ich nicht höre wo du die versteckst ob oben oder unten ok ich bin dran ok ich bin dran ich bin dran du bist raus ja warte ich mach jetzt noch die wände schnell ok meine waffe ist aufplatziert ok ich bin dran ich bin dran ich bin dran ich bin dran warum weil ich erste runde gewonnen habe hehehe brauche ich nicht egal aber du musst deine waffen deine autos noch kaputt machen wach hier zieg mal kurz zu halten ich mach schon machst du die? ja ja hab schon gemacht ok komm alles ab zum start ich höre das sieht so beknackt aus ich will mal gucken was passiert wenn du 5 Sekunden vorsprung musst und dann komm sagen wir 10 Sekunden vorsprung ich brauche keinen vorsprung ich will gucken was passiert ob ich dich trotzdem noch besiegen kann oder nicht ok ok auf die Plätze fertig 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 hm hey warum will die nicht ausflößen? Komm schon Ich bin bei der vorletzten bin bei der vorletzten ich bin durch Oh mein Gott ich bin bei der letzten ich bin bei der letzten ja wo ist es durch Ich bin bei dem Caddy ich auch ich bin beim quad jetzt ich verkacke aber jetzt gerade hier so nein 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 oh mein gott ich bin ein fassendes loch ist schon runter gefallen? nein fast oh mein gott er ist da leute ups ich bin außerdem durchgefahren den voll du wolltest einfach deine waffe verstecken komm schon hab deine fuck mach keinen scheiß nein 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 ich hab deine augen nein ey das ist so knapp gewesen guck mal genau diese zehn sekunden haben es rausgefahren okay hier deine waffe jetzt hab ich als erstes versteckt ja ich guck weg dann tanzer weiter mach einen guten motel du kannst okay bist du schon draußen? hm hm wofür stecke ich denn hier am besten? hm hm alter wo schieß du hin? wo ist dein quad? warte ich guck selber ah meins ist ein bisschen weiter drin warte aber hier vorne ist es direkt weil ich bin außerdem eben fast durchgefahren ist jetzt weg so leute letzte runde der jetzt gewinnt entscheidet das spiel erst noch hier neu bauen aber jetzt kriegst du keinen vorsprung mal gucken ob ich dich jetzt nicht sehen kann äh hast du gesehen genau da wo du vorsprung hast ja ich hatte hier vorne die ganze zeit ein problem ich konnte hier nicht durch okay es müsste jetzt eigentlich alles respawned haben von mir ja es respawned bist du fertig? ich geh zum start schon ich bin schon am start okay 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 ich bin bei okay warte 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 auf die Plätze fertig los warum? warum löst du die nicht aus? ich bin bei Falle 3 ich bin bei Falle 3 schau 4 bin ich jetzt 5 nein 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 ich bin durch nein ach man Mann aber das heißt nicht 1 Falle 2 oh mein Gott ich bin fast in deine Falle reingegangen ich bin beim Caddy ich bin durch ich bin durch ich bin durch ich bin bei Quarz ungefähr jetzt ich bin beim Caddy auch ich bin beim Caddy auch ich bin schon da ja klar na klar als ob du nur noch suchen musst als ob du nur noch suchen musst ich hab deine Waffe ich hab deine Waffe ich war ich war ich war hast du meine Waffe auch? nein komm mal her warte 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 wo wann meine Waffe nochmal komm mal hier hoch meine Waffe hier lag meine Waffe hier ich bin das vorbei gelaufen oh man hör auf hör auf hör auf verwert ihr weg okay jo Leute das war es mit dem Video haut rein Peace Untertitelung des ZDF, 2020